energetische sanieren förderung in stufen die gebäude werden heute nach energieeffizienz in buchstaben eingeteilt ab 1 januar 2023 soll einiges einfacher werden und der umbau höher gefördert werden das handelsblatt zeigt welche schritte für eine energetische sanierung zu tätigen sind in einer erstberatung von expertin oder experten wird die beschaffenheit der außenwände dach sowie zustand der heizung analysiert steht der entschluss einer sanierung wird eine energieberatung stattfinden der individuelle sanierungsfahrplan muss von einem berater aus der effiziensexpertenlisten der energieagentur dena stammen nur so hat man chancen auf eine förderung grafik und thema handelsblatt erst publikation 18 12 2022 8 uhr und drei minuten